Der Teamgast bei uns in ERIX ist hervorragend. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir kommunizieren viel miteinander, was sehr wichtig ist. Wir haben aber auch einen sehr coolen Kommunikationsweg. Wir leisten eigentlich zusammen im Team einen sehr grossen Effort, den ich sehr schätze. Wir machen sehr viel im Team zusammen, in dem Projekt, aber auch außerhalb des Projekts. Wir können gerne mal ein bisschen trinken. Leiterbildungen sind für uns Informatiker wichtig. Es gibt immer wieder neue Technologien, die wir lernen müssen. Ich war jetzt gerade vor kurzem drei Tage für eine Weiterbildung in Berlin. Das darf jeder hier. Wenn er eine interessante Weiterbildung findet, darf er sie mitmachen. Auch das ist einfach nur toll. Ich wurde sehr gut ins Team aufgenommen als Neuling, weil vor allem am dritten Tag gleich ein zweitägiger Ausflug stattgefunden hat und dann gleich mal alle Kollegen kennenlernen durfte und vorher mit dabei war. Ich denke, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Da ist eine Person selber gefordert, in dem, dass sie sich die Räume von Rabottenwerten ausfüllt und für die Chancen auch wahrnimmt. Das habe ich bei der Ehrung eigentlich immer erlebt, dass man mich nicht gestoppt hat, sondern dass ich die Möglichkeit hatte, in die Richtung zu gehen, in die Richtung zu gehen, in die ich gerne würde. Das weiss ich doch nicht. Welche weiss ich nicht, aber es war ein guter Tag. Also mir ist erzählt worden.